Oh, das ist so warm hier oben, ne? Das glaubt man gar nicht. Ja, und den ganzen Tag waren wir irgendwie heute unterwegs. Oh, ja! Und hast ihn nicht gesehen. Oh, schrecklich. Ach, sie will ich denn einen Tag mit dem Hund, ne? Ja. Schön geschmeidige Stunden unterwegs. Ja, aber das ist ja mal, das Schlimme ist ja, wir müssen ja alles hochtragen, weißt du? Und meine Mutter hat uns heute besucht und hat da... Oh, das ist schon krass gewesen. Ja, ein Groß-Einkaufs-Dugel dann, ne? Ja. Ganz einfach noch mal. Oh nein. Stimmt nicht. Mit Taube, ne? Ja, dann werden wir bestimmt gleich auch schon Clown sind, weil wir jetzt sind wir in so einem Freizeitpark, ne? Ja. Ja, daden nach! Wie der Clown ist ja immer einfach los! Sprich, lass hin, Mann! Ich klau! Ah, das ist so lang! Nein! Oh, f***er mich wie hier! Ah, halt auf ey! Nein! Wir wissen gerade, ob wir zu viel hauen nicht und wir müssen mitlegen! F***! F***! Lade! Alter! Ich muss nicht heilen! Ah, scheiße! Smoker! Ey, das ist doch wieder ein Safe und geben! Nein, ich glaub nicht! Nein, da waren keine Minipacks! Nein, nicht mehr! Lade nach! Oh nein! Ich hab nur 19! Hier sind noch Pillen! Ich glaub nur jetzt Pillen rein! Ein kleiner, munter Macher! Super! Gut! Hier vorne ging doch nicht weiter, ne? Sieh mal! Oh man, dass wir jetzt Rück haben hier! Oh, das war jetzt aber mies! Hmhm! Scht! Komm mal zu dir! Ah! Oha, das ist mein Heilmtoilette! Na ja, auf Toilette ist nichts! Nein, neee Hier drin sind auch Sachen, ich weiß nur noch nicht, was hier ist Der hier auch Oh, oh fuck Mit meiner Gitarre, okay, so ist die Talismus Hier ist noch ein Medi-Pack, was hab ich mitgenommen? Für Tana, das Feueramt Oh Scheiße, Boomer, oder was war das? Boomer, die hat mich voll gekotzt Alter Sie kommen Ich hab da mal schneller Dinge geworfen Ja Oh Was denn? Keine Ahnung, was ist denn da explodiert? Da hab ich... 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 Ach, hab ich dir eigentlich schon gesagt, dass du auch in The Bidding of ASIC vertreten bist? Echt? Ja Oh, guck mal, hier sind Snipergewehre und AK Oh, hier ist... Hier sind Pillen noch Okay Nochmal Pillen, ja Jetzt brauch ich ein richtiges Stackungsmittel Okay Ich hab sie jetzt genau um die zweiten Pillen dazu raus Ja, gut Gut Neneene, ich hab noch Pillen dabei Okay, die AK Ja Ja, hab ich auch... Oh, alter Schwede Da liegt ein Medic weg Ja, ich hab noch eins Und hab volle Lebensenergie Wie ein Granatwerfer machen Ich hab ein Granatwerfer Hast du schon Granatwerfer genommen? Ne Nein, nein, nein Ich hab ihn jetzt genommen Ich hab mir die zwei Pistolen bei Da hab ich... Lass mich doch mal nur die Vorbomber auf den Scheißer hier Ich schieße nur noch einen Baum Und wer sind Waffen? Oh, da waren noch welche Tja Ich wollte sie nicht alleine da... Äh... Leben Wenn alle anderen ihre Freunde tun würden Moly Ne Axt Ne Robben Ne Robben Ne Robben Ne Robben Moly Ne Pumpe noch Die AK macht aber Riesenlöcher ein hier Hm, das ist auch gar nicht ganz gut für mich Zerfetzt sie ja richtig Aber das ist ein Boomer bestimmt oder so Axt Na war klar Waaah 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 Das ist nicht im Scheiß Zombies Lade nach Ne Robben und so Waaah Lade nach Ups Was ist denn? Der Granatweffer Achso Lade nach Der Granatweffer ist cool, den hatte ich ja auch bei Minecraft, wenn wir gespielt hatten Ehm Ich muss denen nicht rausbedürfen Aber irgendwo quietscht es hier Hauh 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 Das Reserva am Ratzkehmer Hier kommt ein Hunter Hier ist eine Skaha Ich würd glaub ich ganz gerne das Ding behalten erst mal Ich versteh den Granatwerfer Aber ich heil mich jetzt Super Super Oh Mann, das Team war Paradies Hinter dir Ja, ich war bis aufgeregt, was er gesagt hat Hinter dir Oh Mann, Zirkus hier vorne Sehen wir jetzt bestimmt den Clown gleich Fischer Treffer Und zum Schaden Oh Der fängt aber auch viel bei Sertan, ne? Das wird ne Weile reichen Der wird irgendwie immer schneller Ja, das ist aber auch Guck mal im Boden geglutscht Hä? Das Gas Ding da ist im Boden geglutscht Okay Okay, ich heil mich mal Boah, der haut aber auch rein, ne? Der scheiß Charger Ja, wo quietscht der hier schon wieder was? Der muss vielleicht Clown sein, wo quietscht der denn? Da ist ein Clown Da ist ein Clown Hab ich Da ist hier auch noch einer Ich höre eine Witch Hier ist ein Medic Pack Da bin ich mal mit Ich höre aber eine Witch Kettensäge hier Guck mal da ist er, wie lang geht die lang gehen glaube ich, ne? Ja Hier ist Munition Brand Munition da gerade Oh gut Schnapp mir die Gitarren Ah, ich... die Gitarren sind schon Splitter... Splittergranaten Splittergranaten Okay Oh ja Ach, dann ist mein Granatpfeffer mit dir weg Kack Okay Ne, ein Schuss hab ich mit dem Granatpfeffer jetzt, ne? Dann nehme ich aber lieber das Katana mit dir, ne? Hier legt mir auch Bombe Licht aus, will er mich verarschen? Ja, wenn die Witch kommt Dann musst du die Licht ausmachen, sonst das weckt die aus Boah, leck mich doch Boah, leck mich doch Charger Charger Lade nach Ey, das hat mich ungerannt, ey Alter Die ist wichtig Und wie wenn du die Dumme allgemein Lade nach Leesig Lade Lade Waffen Waffen Jetzt wenn du mal nicht auf mich ziehst Häh Lade nach Alter Meinem hoher, auch wieder Munition und so schau's aber die witch war dahinten glaub ich wo wir da wo ich sagte ne licht aus und bescheuert ist alles dunkel da hab ich noch obwohl die hau ich mir dann rein ey jetzt hat der mir die weggenommen die pillen die drecksau noch nicht schlecht ach du scheiße super stand direkt in der suppe drin jetzt hör doch auf die rufen jetzt das reizt dann heil ich mich mal wieder ja ja alter schwede jetzt dann geht er doch los mit dem heil oh ich glaub wir gehen doch auf die zu da ist sie na da sitzt sie warte ich hab nur vorgelegt ja du hast einen schuss zurück ne jetzt aber zwei schuss alter aber ich hab den kill davon nicht gekriegt hehehe oh s*** oh s*** dritter ja 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 und ja ja du kannst auch auf die assisted erb ich ponen dem smokers schon wenn man auf die Zone da ist, ne? Alter! Na, Safe-Roof, ne? Oh, ne, doch nicht. Naja. Munition. Okay, Munition ist für mich gerade sinnfrei. Weil ich immer noch mit Granatwerk bedingt rumbran. Da krieg ich keine Munition. Ich bin ein Clown. Vorsicht! Leck mich doch im Arsch. Werfen die Rohrbombe! Oh, da kommt ein Clown angekrobt. Irgendwie hab ich die Erdmungenschaft reingeschaltet. Okay. Ich hab fast kein Leben mehr, ich weiß nicht mehr. Hier ist ein Medi-Pick noch wieder dran. Lade nach! Gut. Okay, wir müssen zum Strom-Kontrollraum. Ja. Ja. War da hinfallen. War da... Mal. Oh, Scheiße! Drecks-Jockey! Kommst du klar? Ja. No Shit! Ja. Oh nein, nicht weg. Du musst es zeigen, komm, wo ich bin. Oh mein Gott. Ich mach mal aus, ne? Hm. Oh. Ne, Munition. Spreng-Munion oder sowas. Kann ich gerade nicht. Alter, da kommen auch noch so viele. Habt ihr Brandgeschosse! Lade nach! Verschieße Brandgeschosse! So eine Branduni ist das. Jetzt wird Abzeit für ein Zombiefeuer! Einen Schuss hab ich mit dem Ding mehr, mit der Branduni 200. Ja, dann ist es wie ein Monotov, denk ich mal, dann. Hm? Da kriegst du mir herum, da ist Monotov. Wenn man grad von redet, ne? Ja. Äh, da müsste man jetzt... Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Stimmt, da hinten wollte ich liegen, oder? Ja, ich denke auch. Ninjaschwert! 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 Oh oh, wir müssen... Da ist der Schutzraum! Alle in den Liebestunnel! Alle in den Liebestunnel! Alle in den Liebestunnel! Alter! Nein, in den Liebestunnel! Alter! Ich geh in den Liebestunnel. Ich verballer mal den. Ich verballer mal den. Warten wir hier nämlich. Ich auch nicht. Hab ja nur mit der Pistole geschossen. Alter! Ich mach mal zu, ja? Hammer, ne? Wie kann der die Tür zu hier? Wo sind wir denn? Oh, jetzt kommen wir... Die Achterbahn. Ja. Wir fahren Achterbahn? Geil! Das hört sich geil an. Ich weiß ja noch nicht, ob das so gut wird. Aber die Zombies hier, die Clouds, die sehen schon ein bisschen böse aus, wa? Ja, aber das ist ja noch relativ harmlos. Du siehst ja meistens von relativ weit nur. Also nicht bis jetzt. Ja.